So, aber wir brauchen viel Holz. So, eins, zwei. Und hier hab ich das Spiel gar keins mehr. Das kann wieder weg. Das kommt da ran, das kommt da ran. Du kommst da ran und du kommst da ran. Hier hab ich nix enthängen, gell? Ich gucke halt, ob ich hier eventuell was dranhängen könnte. Sieht nicht so aus. Natürlich nehmen wir hier noch etwas Holzstibitzen. Oh, da ist ein ganzer Holzvorrat, den wir jetzt am Ende ein bisschen wieder Schrott. Gibt's gar nicht. So, was tu ich eigentlich? Ich würde eigentlich... Moment, ich würde eigentlich das bauen. Holzstäbchen wollte ich bauen, genau. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei... Mist. So. Äh, nein! Ah, was tu ich denn? Acht Stück. sehr schön und dann kommt hier hinten kann ich da noch inzwischen bauen und hier kann auch noch einer hin dann können wir mich hier später dann aus so einer Art Tresen nehmen und das kommt auch noch dahin da muss ich aber kurz rüber und erst geh ich schlafen Moment erst geh ich schlafen schlafen ach was für eine nacht ich bin auch so leise weil ich Angst habe um mich aufzudenken weil es ist ja schon nur 15 und ich besitze ja doch eine also nicht meine also nehmen wir das nicht als jemanden denke ich also ich hab schon aber mehr was ist ich also ich bin nicht der Vater in dem Sinne verstanden also ich bin ein Sohn kein Vater deswegen das meine ich mit falsch also jetzt kann man natürlich eine von mir als Vater also jetzt kann man natürlich eine von mir haben als Sohn so was wollte ich jetzt mal tun ich würde wohl holen ich glaube irgendwas von Vater-Sohn-Geschichten und dabei würde ich echt wohl holen das ist immer noch schön mit mir im Hintergrund düdelt afrikanische Musik ich will mal was anderes hören ach so jetzt wird gleich nein minecraft sich minimieren ja so erfahrt ihr aber immer wieder das neueste hintergrund bild von mir auch nicht schlecht ne ich habe doch jeden tag ein anderes ungefähr also öfters zumindest habe ich mein anderes so erfahrt ihr immer das neueste moment in der rund bild seid ihr nicht begeistert also ich wäre sehr begeistert so ich nehme mir das ganze zeug hier ist es ja übertrieben viel für so einen kleinen braugasthof hier das heißt der baugasthof da müsste eine baurei haben müssen erschossen ich sehe so kleiner gasthof sie haben ja nicht viel können hier nicht 5000 fackeln hängen ja wo kommen wir denn da hin so das ist hat sie alles erledigt hier ok dann kommt hier ist noch was hin und da 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 kommst du auch ab ich muss eine reichen und hier kann ich jetzt stein habe ich gerade nicht dabei ich muss ich später nochmal nachbauen sozusagen hier kann ich auch den hier machen kann ja genau das heute ist genau das hatte ich vor ich habe die 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 so schwerfällig aus dass man hier einfach aus dem holz ich davon was wir habe okay dann machen wir es so sehr schön und da hängt dann hier die schilder mit dem essen was woran wie was wie viel kostet ja mal mündkürlich schenke ich hier noch mal schöner auf ich werde später alles voll geschrieben werden sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht also sind das hier schuhe ich habe immer irgendwas dabei anrüstung aber nie alles wer schoss denn warum sollte ich alles dabei anrüstung das ist es wäre fatal okay dann würde ich sagen war es dass wir dem braugasthof auch erst einmal hier draußen könnte ich dann so kies von ich nehme hier alles mit das spiel da oben bleibt hier das wird das wird hier verlege ich hier draußen vielleicht noch mal kies ja das zum lager und dann passt das ja auch dann habe ich wenigstens nichts halb fertig liegen gelassen außer dass ich sonst wieder eine ganze menge knochen befehlt für das ich immer vorhaben ich möchte auf jeden fall noch ich habe ziemlich viel baum hier gehen kann ich das mal genau grünzeug grünzeug holz 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 das kommt da rein wir haben was sand und sand stellen habe ich nicht schienen crafting eisen und stein hier kommt so nicht haben rolle glas kommt hier zum beispiel rein das kommt ja auch rein hier haben wir noch zeug von creepon und so es kann das hier alles rein hier haben wir waffen da kann ich mit einem schwert mal mitnehmen werkzeug kann das rein mit der waldschwelle mitnehmen so dass hier habe ich essen noch es kann da rein das kann bleiben das soll alles noch weg hier moment pilz ist grünzeug und das auch grünzeug hier haben wir noch ein bisschen stein hier haben wir ein bisschen crafting aus holz und ich pflanze jetzt hier mal wieder ein paar bäume an willkürlich wie ich bin ich bin das so willkürlich so jeder ein dann ein hier ein richtig schöner dichter wald werden wenn man ein paar bäume nicht so schlimm sieht es aus als ob in den wald noch ein paar versprostlinge sind so hier muss man noch dicht machen und rings um die müde muss ich auch dicht machen soll ich so aus dass er platz verschwenden würden alles voll mit bäumen und hast du nicht gesehen richtig episch dicht aussieht also das end ist so leid alles so mystisch aus sind das ist natürlich entgeil wenn du wirklich so das ende deiner bekannten welt mit einer grenze aus bäumen so sie ist nach dem motto hier kommt wirklich nichts durch so hier kann ein paar bäume so einzeln stehen und hier kommt euch wieder alles voll mit bäumen so nach dem motto hier ist die welt erst einmal zu ende bis es neu besiedeln das land da stehen zwei bäume und da kann ich hier kann auch noch was hin so hier 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 so und dann wird das auch alles werden und hier werde ich jetzt mal moment ich brauche super kleine schleichwege hier hier ist mir jetzt auch noch nicht dicht genug ich habe ja noch mal bäume hier kann aber noch ganz schnell mal der ein oder andere creeper reinkommen was ich habe noch ein paar ungezähmte pferde ich habe das sicher noch ein paar genau vier karten habe ich noch die wollen das sicher wieder oder du würdest noch gerne mal mit dir die chance dass da mal ein anderes werden steht ist recht recht gering aber ich hoffe mal dass wir da immer mal ein anderes außer ein schwarzes reinkriegen schon wieder ein schwarzes entstanden und hier leider auch schade gibt es eine recht geringe schon ist dass da mal ein anderes entsteht ja das in meinem leben auch so ist kann man leider noch nicht gehabt ich glaube so sehr schön ja dann haben wir das geschafft wir haben wir heute ja noch ein kleines treppen fail drin die würde ich gerne beheben wieder so sehr schön stein ist gar nicht kein stein hier das war unser fall aussehen dann gehen wir nicht ja ich würde ja mich gerne jetzt zum nächsten projekt gleich begeben aber erst einmal ist für heute die folge vorbei meine lieben damen und herren ich hier so wieder halb eingekleidet ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder und dann gehen wir höchstwahrscheinlich hoch auf den berg denn da habe ich noch ein großes endprojekt wo ich weiß nicht ob es jetzt die nächsten oder müssen müsste noch 21 folgen sein ich weiß nicht ob es alle 20 folgen jetzt durchgeht aber da habe ich auf jeden fall noch ein großes projekt vor und mit dieser traurigen bioshock 2 musik beende ich das display für heute und wir sehen uns morgen wieder und ich renne euch noch ganz viele aufnahmen bis morgen tschüss 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 tschüss